hallo leute schön ist eingeschaltet adaptiert zu einer droge firmen uns im mai ja hier stehen bleiben um so mal gucken wir müssen ja ein bisschen erobern gehen ist die frage was machen als nächstes wollte ich machen dass wir ganz nett die frage ob das auch nicht für was sein gilt wenn man quasi jetzt was er macht eine andere religion ist halt die frage nur wir dürfen nicht existieren ok mal hier eben laufen lassen können unseren kohlenisten einsetzen da können zum beispiel hier ein hinsetzen vielleicht kriegt man hier die schönen gewürznelg hat mehr über eine 50 prozentige chance hier zu bekommen das schon sehr hoch sollte man mal tun was nie unten da auch nee 16 prozent schickt man hier mal in hin würde ich sagen dann gucken wir mal das funktioniert so offenbar hatte ich schon was anzugreifen scheint mir so somit eine tier nach anja ok so eine tierchen zuerst die kleinen verstehe ich jetzt nicht so ernst aber ok passt schon müssen wir erst mal überall beziehung wieder verbessern stein die tierung von masonen singt das immer ganz schön nicht gut bohne könnte man noch annektieren eigentlich bevor das nicht mehr funktioniert so gut bohne hat ja oder bohne kann man das spricht ne der hat keine besonderen bein äh dinks hier ok dann tun wir die auch noch anektieren würde ich sagen auch wenn das jetzt ein bisschen auf unsere dinge ins geht hier aber was sollt's so jetzt brauchen wir natürlich einen 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 diplomaten so würde ich mal sagen wir greifen sie ja gar dann biet möchte ich helfen ok und dann die resten erobern denke ich mal so dann gehen wir da hoch sollten die das für uns belagern du gehst dahin so ja die haben keine chance die haben wir weggeratzt sehr schön zumal hier kommen wir ins kompletten im bouton ton war was hier oben was sind wir da fertig ne da sind wir fertig ne nicht ganz siebu und bohnein wo kommen wir hier oben oder kann das sein ne da also stimmt da war ja was da haben wir ja den kleinen blip adiktiert aber ich würde erstmal siebu machen hier oben wenn das fertig wird so und weiter geht's dann der obermal so eigentlich muss man ja noch einen rüber schicken wird das wahrscheinlich auch unsere was sein machen würde ich jetzt mal schätzen du gehst du rüber dann tust du es da ein bisschen machen es steckt trotzdem doch sehr gut und war jetzt hier noch schön blündern könnt ihr auch im banja entwicklung bündeln ne geht's ein bisschen schneller aber wenn das freiheitsbestritt man meinung erwähnt drückt aber was soll's da geht's nicht wie das ein Ternade noch ja machen wir mal klauen wir den mal mit entwicklung so ah hier haben sie auch Gewürzlängen haben wir hier Gewürzlängen das sieht man nicht sieht man erst ab 400 ich sehe gerade wir haben noch gar keinen Boni bekommen das ist natürlich doof Moment da muss ich mal was gucken ah ok Boni kriege ich erst ok dann brechen wir das mal ab ich würde schon gerne das mit dem Boni machen Keram Ambon Sula Ambon Keram Sula Ach die drei Inseln ok gut ist natürlich doof dass sie jetzt hier auf dieser Insel das machen hätte ich vielleicht den das doch nicht machen lassen sollen das ist jetzt drei Inseln mit Provinzen eine Stadt wurde als Gewürzkolonie ausgewählt keine Ahnung scheiß müssen wir hier noch äh die Tore haben könnte ich mir vorstellen unter Umständen kannst du mal da rüber gehen ja 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 es dauert aber hier dies aber ah jetzt ok dies aber nicht schön wollte ich gerade sagen start irgendwie Ternade ist vorbei ok ach da haben sie schon das Ding besetzt sehr gut ok dann kannst du mal hier rüber fahren das ist noch eine Insel die habe ich doch glatt übersehen da komme ich gar nicht hin jetzt ach doch fast aber muss ich eigentlich gar nicht kann ich eigentlich auch lassen ist ja wurscht Masked Option wo ich das noch schweilen wie oft geht das nächste Reform schon am 1. Dezember äh achso 26 ok das dauert zu lange ok dann muss ich ja leider die Korruption in Kauf nehmen ach ich habe übrigens gesehen Polignal Konvenient Exil Schicken das ist auch neu das kannte ich auch noch nicht wenn die Minderheiten vertreiben Kosten gesenkt was übrigens ein totaler Mist ist mit Minderheiten vertreiben das bringt irgendwie gar nichts also nicht so wie man sich das vorstellt das habe ich wahrscheinlich bekommen als ich expansionistische Ideen bekommen könnte ich mir vorstellen aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht wäre aber möglich aber wissen tue ich es tatsächlich nicht so Bania wird eh annektiert das passt ok da müssen wir noch gerade den Rest einnehmen irgendwas verloren auch da unten das ist aber nicht schön so da haben wir eingenommen Agenda des Parlaments Bad und Haus Gottes in Mamuyu ja das ist ja tatsächlich gar nicht so schlecht jetzt gucken wo das ist hier drüben dann bauen wir doch mal ein Tempel ganz schön teuer das ist nicht schön aber gehen wir uns dann wird es immer auch gleich na super sehr unschön wenn das hier mal jetzt bitte erobert werden würde sollen tun wäre schön wie ich die einmal komplett annektieren kann bitte das wäre schon gut was ist denn das hier ach das Bunei war nicht schon immer gelb so ok aha das kann ich gerade ganz nett gebrauchen so den direkt zum Basalen machen genau und die Hauptstadt oder was geht ja noch geht nicht wollen wir mich verarschen und es hat so geht nicht weil noch zu viele Provinzen ok ok wenn du von der Seite kommst komme ich von der Seite das ist überhaupt kein Thema gar kein Ding aha jetzt haust du wieder ab sowas haben wir ihn gern genau befreit mal schön die Provinzen aha hab dich so ich bin ja gerade noch da befreien so nochmal gibt nicht mal sehr cool so damit der Brunei Geschichte damit haben wir dann herrscht im Brunei auch abgeschlossen gibt es denn die schöne Marine Tradition sind jetzt bei 36 den Handelsschützen blockiert hier und die Schiffe ah ok das brauchte man für hier genau gleich viel oder mehr große Schiffe ok brauche ich auch noch ok dann heben wir uns das auf würde ich sagen dann machen wir das noch nicht man kann ja mal schön entwickeln rausziehen oh sind eine Großmacht geworden sehr schön groß sagt Maya Pahit so einmal was soll ok das war's mehr kann ich nicht machen uiuiuiui da kommt aber was auf mich zu wenn ich das jetzt mache müsste aber kein Problem sein normalerweise mal gucken ob ich noch irgendwas anderes angreifen kann könnte ich könnte ich tun wo ajota ajota ja ja oder wie das heißt ist auch dabei das haben wir schön das ist unpraktisch mit mir bist du noch verbündet mit denen auch mit allen so ziemlich ah ja oh du hast aber viele Ansprüche aber siak hat auch einige die könnte man dann nutzen zum Beispiel wenn wir hier zum Beispiel Delhi angreifen dann müsste das eigentlich passen genau machen wir dann nur den Kriegsrund hm ok ich frage ob ich das schnell drücken kann so jetzt ist er und sauber soll sehr gut es ist findet er jetzt halt oh ja das ist aber schön hart und bann ja auch das ist aber schlecht die tun wir gerade annektieren die Schulden können aber einmal beschwichtigen so ok dann müssen wir mal dich zurückrufen jetzt können wir noch schnell Delhi angreifen bevor sie irgendwie eine Koalition bilden das wollen wir ja nicht ich nie mit dem mal rein und hier den so ok ok so gefällt mir das so gefällt mir das und leider als nächstes so das eine machen wir jetzt nicht das heben wir uns auf malaka existiert nicht ok oder nicht oder ein und er geht noch ah ja ok so ähm sie ja wo bist du denn da hast du einen besonderen Baum auch nicht na ist ja ganz toll sie ja müssen uns erst mal leiden wovor da was geht die Agenda ist durch sehr gut dann können wir dann gleich das Land beschlagen haben wenn das durch ist wir können noch einmal so die Stände machen wo da geht er wo ist denn das gewesen nochmal wo da geht er hier kenthal das wäre auch nicht schlecht da gibt es auch noch mal Rekruten das haben können wir ganz gut gebrauchen gerade in kenthal man stärke zweimal war das so das sind wir hier auch auf 10 ist ja auch ganz gut so Belagen von Malakas durch sehr gut so okay er läuft weiter na gut ach da oben stehen sie Hallöchen bin ich hier versenkt oder habe ich das nicht mitbekommen äh ich dachte da waren gerade Truppen meine sind Truppen keine da man weiß es nicht so okay sehr gut dann kommt auch mal zurück ja das ist jetzt doof ne wenn ich das jetzt alles lehnen würde kann ich nicht mal sie ja keine Ansprüche ne genau super wenn ich das mal ändern würde jetzt das ist ja ist da oben nicht das da theoretisch noch ah ja das sieht das doch schon besser aus es geht eigentlich das sind alles nur die kleinen Blabs wenn der Große mitkommt ist alles gut separat habe ich nicht mal die Ansprüche dabei dann muss ich das eigentlich so machen dann sinkt noch mal das freizbestreben Hauptstadt plündern können wir leider nicht gibt nicht viel zu plündern so so ja es geht schon das fandest du jetzt bestimmt ganz toll ja nicht so wirklich nicht so wirklich diese zwangsdinge ist auch schon weg die minus 100 sind auch schon aufgelöst okay dann geht es ja eigentlich von der Stärke her dann kann ich damit leben du mir dann zum Gehörshantel schön so jetzt muss ich mal hier nochmal reinschauen ähm mein Basal wird auch mit angezeigt okay das ist doof dann muss ich das anderes machen wie heißt denn die Stadt Siak das sei okay es wird dann nicht überall konvertiert okay das ist ja schon mal gut zu wissen jetzt kann ich aber nichts anderes wirklich angreifen ach so meinen Kolonisten habe ich auch nicht mehr losgeschickt oh jetzt tun sie hier drüben schon machen Ternade ach ne haben sie ja doch bekommen oh die haben einen Kolonisten bekommen interessant die wird zum Imperium bis zum Ende spielt tja daraus wird mir nichts freuen müssen wir nochmal äh da okay eigentlich müssen wir sie jetzt mal annektieren ja 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 ist das weit unten okay die behalten wir wohl noch ein bisschen okay dann müssen wir da mal beziehen verbessern und mal abwarten ansonsten hier hat man das schöne Gebäude bekommen genau boah das war nett aber jetzt nicht so der Hilt interessanterweise haben wir das hier nicht mehr bekommen was haben wir denn hier so an Gütern auch Gewürze okay ich würde gerne erst mal gucken ob es noch was schönes zum Kolonisieren gibt aber eher nicht okay hier könnte man noch ein bisschen oder hier unten oder hier drüben ah ich würde hier erstmal die ganzen Inseln vielleicht durch machen oder fangen wir hier hinten an damit wir hier dann vielleicht was aufdecken oder da das ist noch näher am Rand zum aufdecken okay machen wir das mal so was haben wir hier für Chancen Gewürze Tropenholz Weihrauch hauptsächlich okay gut gut da haben wir hier halt einen der bisschen rummockt ne das könnte ein Problem werden zumindest für das eine Missionsbäumchen Ding so Land wollte ich noch wegnehmen die haben genug gut würde ich mal sagen beenden wir für heute wieder danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal